Der Fehler ist, wenn du da was zum Trinken unterwegs aufmöchst, dann bleibst du ständig und geh nicht mehr mit. Ich glaube, wir machen gleich noch einen Aufwand. Ja, aber ich baue jetzt einen Sonderhalter. Einen Rosé habe ich noch. Und? Jürgen, Film. Ein Dank an die Firma Schopen, Bauchfleisch wegle. Aber heute früh bei den Stadtwerken habe ich nicht ganz geschafft. Und mir dachte, morgen muss ich das recht schmaßen, dann nimmst du mit. So, und ihr zwei, was gibt es jetzt zu trinken? Bauchfleisch für dich. 40-jähriges Dienstbedarf vom Arbeitskollege. Du! Nein, ich noch nicht. Jetzt gibt es ein Rosé vom Weingut Wellmann aus Ippesheim. Den können wir, den Wellmann. Ich glaube, das ist eine gute Geschichte. Das ist ein guter Name, der Wellmann. Wir müssen mal schauen, dass wir die Welle in den Griff kriegen, nicht dass das Tsunami wäre. Und Jürgen? Die Turmspellunge. Heidesuche nur. Unvergesslich. Vor der schöne Zeiten, ja. Der Schleicher. Der Schleicher. Der trinken wir halt noch einen, oder? Der Schleicher. Der Schleicher. Der Schleicher. Der Schleicher. Einen Zieher hast du ihn? Der Schafe. Nein, wir wollen hier einen Zieher für. Jetzt trinken wir halt erst das. Jetzt machen wir mal ein ... ... alles. Ja, frei. Mach es weiter, okay? 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 Kannst du den mal rote, aber ... Ja. Ein wenig atmen lassen, oder? Der Pfaffel hat er mal neben mir. Da waren wir. Warte. Was ist da dabei, Jürgen? Warte, ich hab noch einen ... Schöne, rechte Dache. Halt ein wenig langsamer, ne? Halt mich. Halt mich. Da hab ich eigentlich schon wieder eine Karte. ... eine große Karte. Du trinkst auch gerade. Jawohl, ich schalte jetzt aus, dann mache ich mit.